Hallo zusammen, mich hier ist wieder Ocilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, ich bin mal wieder auf irgendeinem anderen Server unterwegs und hab mir wieder ein paar schicke Teile aus dem AHA rausgesucht, die es nicht mehr im Spiel zu erspielen gibt und dementsprechend sind die leider etwas teuer. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was wir uns hier kaufen wollen. Nein, diesmal habe ich es tatsächlich noch nicht gekauft, weil ich gerade erst das Gold getradet habe. Ich habe wieder mir wen gesucht, der mir quasi von meinen Servern Gold auf einen anderen Server, jetzt hier in dem Fall auf Arator, traden kann. Und ein bisschen Gebühr müssen wir auch zahlen. Ich habe jetzt hier 161.000 Gold und habe gezahlt, jetzt muss ich nochmal gucken, der Deal war 186.000 Gold, habe ich ihm gegeben. 161 habe ich gekriegt, also ein bisschen Gebühr, hat er auf jeden Fall Plus gemacht. Und ich möchte mir hier die Irre-Wolf-Armschienen kaufen. Die kosten 160.000 und 714 Gold, also ein bisschen was habe ich offen. Diese Händler, die wollen immer keine zerhackten Beträge, kann ich verstehen. Jetzt habe ich noch 200 Gold quasi hierüber und nein, ich möchte auch in keine Gilde. Haben wir uns das einmal gekauft. Und diesmal kann ich euch vielleicht auch mal hier so die Statistik zeigen, beziehungsweise einmal hier auf dem Undermine-Journal, wie das Ganze aussieht. Der durchschnittliche EU-Preis sind hier 182k, heißt, ich habe jetzt nicht so einen krassen Deal gemacht. Sie wären auch anderweitig günstiger drin gewesen, und zwar auf diesen beiden Servern für nur 60k. Blöderweise habe ich jetzt hier schon eine Woche nach jemandem gesucht, der mir da Gold geben kann. Das scheinen beides russische Server zu sein und deswegen komme ich da leider nicht ran. Jetzt wollte ich mir die aber doch endlich mal holen. An denen bin ich nämlich schon eine Weile dran, an diesen Revolve-Armschienen. Und dann dachte ich mir, komm, ich hole sie mir hier für 160k. Die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, hier irgendwo auf Blackmore, genau hier Blackmore, da wären sie auf 250k gewesen, da hätte ich auch Gold gehabt. Jetzt habe ich quasi 186 gezahlt fürs Trade, also mit Traden. Dementsprechend wäre ich halt immer noch günstiger als hier bei den 250k auf Blackmore. Das sind übrigens alle Server, komplett EU-weit, russisch, französisch, deutsch, englisch, alles mögliche, wo die drin sind. Tatsächlich für so ein seltenes Item relativ viel. Bei manchen anderen Servern sieht das, bei manchen anderen Items sieht das anders aus. Dann sind EU-weit zwei oder drei drin, ja. Bei diesen Revolve-Armschienen, da geht es tatsächlich. Gut, nichtsdestotrotz haben wir uns die jetzt gekauft. Das hätte günstiger sein können, aber naja. Wenn man keinen findet, der das Gold rüber traden kann, bringt das leider halt auch nichts. Gut, wir werden uns jetzt einmal mal angucken, wie sie aussehen. Ja, okay, da muss ich meinen Char wieder so ein bisschen nackig machen. Ich weiß schon, ihr wartet schon drauf. Gut, so, da haben wir sie. Man sieht sie halt, kaum Armschienen sind halt. Ich weiß nicht, warum es die überhaupt noch gibt als Transmog. Man sieht sie halt eh nicht. Ist egal. Uns geht es jetzt hier nur darum, dass wir wieder ein Item mehr haben. Und ich würde sagen, wir legen sie an. Da haben wir wieder eins weg an der Stelle. Und ich habe mir jetzt nicht nur das eine Item geholt, sondern noch ein paar mehr. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Jetzt tippe ich mir das bloß schnell hier mit rein. Also wir haben gezahlt 186.000 Gold. Dann das können wir hier schon mal ausloggen und den Char tatsächlich löschen. Also einmal löschen. Ich versuche meine, die ganzen Leichen zu begleichen hier, dass wir nicht nur mehr Karteileichen rumliegen haben bei mir. Es ist ja leider begrenzt mit den Charts, die man haben kann. Und dann wollen wir auch schon weiterloggen. Achso, nein, ich muss auf einen zweiten Account. Ups. My bad. Wir müssen nämlich jetzt hier einmal switchen. Und zwar sind wir jetzt auf welchem Server? Jetzt muss ich kurz nachschauen. Auf Teldrasil müssten wir jetzt hier sein. Und hier habe ich mir schon ein Item geholt. Und zwar nennt sich das Weste aus Loch Krokodil. Krokodiliskenhaut so rum, dass ich den rausbringe. Das Ding hat einen Marktwert von 233.000 Gold. Und hier war es tatsächlich einmal drin. Ich kann es euch mal zeigen. Für relativ wenig. Moment, ist es jetzt gar nicht mehr drin? Okay. Vor ein paar Minuten war es noch drin. Interessant. Okay, also es war hier irgendwie für 70.000, 80.000 drin. Ich musste mir aber hier kein Gold hertauschen. Denn einer vom Stream, der quasi, der hat mir die, ja, einfach geschenkt. Der hat hier auf dem Server Gold. Mein, der hat genug. Er schenkt mir die. Ich dachte mir, cool. Habe ich dann angenommen hier. Und ja, das haben wir quasi für 0,0 bekommen. Nein, wir wollen das jetzt nicht verkaufen, sondern wir lernen das. Und dementsprechend musste ich dafür nichts aufwenden. Hier nochmal vielen Dank an den quasi raus. Habe es mir erstmal erspart, dass ich Gold ausgeben musste. Und, dass ich hier wen finden musste, der es mir hertradet. Das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen eine nervige Geschichte. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Den Chart können wir jetzt auch wieder löschen. Heißt, da hätten wir jetzt wahrscheinlich 70.000, 80.000 für ausgeben müssen. Die haben wir uns gespart. Nette Geschichte. So, und jetzt gehen wir aber noch auf einen letzten Server. Wir haben nämlich hier noch auf Doomhammer. Da haben wir nämlich auch nochmal ein bisschen was. Und zwar habe ich mir da ein bisschen Gold rüber traden lassen für ein Item. Und dort war es dann so, dass ich nur einen gefunden hatte, der hier Gold hatte. Und, ja, der wollte halt zwar keine Gebühr, also kein Vieh haben. Man muss ja meistens so rechnen, so zwischen 10, 20 Prozent wollen die Leute meistens als Gebühr, dass sie es rüber handeln. Bei ihm war es so, er hatte nur noch so 100, ich glaube 130, 140k auf dem Server. Und ich wollte ein Item für, ich weiß jetzt nicht, wie viel es war, ich glaube 70.000, 80.000. Und er hat gesagt, komm, wenn ich alles Gold nehme, dann ist auch keine Gebühr. Dann hat er den Server quasi wieder clean. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das. Und wir werden jetzt nämlich jetzt für den Rest, was ich jetzt noch über habe, ja, ein paar Items so aus dem Auktionshaus kaufen, hätte ich gesagt. So, was habe ich mir hier gekauft? Und zwar habe ich mir schicke Handschuhe gekauft. Genau, 89.000 waren das. Und dann war halt noch ein bisschen was über, also ein bisschen über 100k haben wir getradet. Holzarbeiter Handschuhe heißen die. Die sind, ja, Region Marktpreis ist quasi 184.000. Ich habe mir die für 89.000 gekauft, also relativ günstig, würde ich mal sagen. Ich glaube, auf Blackmore waren sie für 200.000, 300.000 drin. Und hier habe ich dann doch einiges gespart, ne. Gut, die lernen wir jetzt als erstes. Dann muss ich jetzt mal meinen, ähm, muss ich mal zusammenrechnen. Also die haben wir für plus 89.000 und dann haben wir noch jetzt 26.000. Also haben wir jetzt insgesamt in der Folge 301.000 Gold ausgegeben. Die 26k werden wir jetzt noch kurz aufbrauchen. Und das eine Teil haben wir ja zum Glück geschenkt bekommen. Von dem her sind da keine Kosten eingefallen. So, was mache ich jetzt mit den 26k hier noch? Wir werden uns ein bisschen 2-Transmog kaufen. Heißt, ähm, wir gucken jetzt hier mal so durch bei den Waffen, was da noch drin ist. Und da können wir uns dann vielleicht das ein oder andere rauskaufen, ähm, was hier auf dem Server ist. Das ist immer so ein bisschen eine Sache. Gut, hier haben wir was für 100k zum Beispiel. Also ich hätte auch ein Add-on, das nennt sich Collection Shop. Da kann man diese Seite, also diese 2-Transmog-Sachen rausfiltern. Das Problem ist, ähm, das buggt bei mir rum. Anscheinend habe ich da nicht alleine das Problem. Da gibt es einige Leute, die selbiges Problem haben. Bei denen es halt leider auch buggt. Das muss ich mal gucken. Das habe ich auch schon alles. Und deswegen kann ich es damit leider nicht rausfiltern. Jetzt muss ich halt hier manuell immer durchscrollen und mir hier so die Sachen kaufen. Zum Beispiel haben wir hier einen Stab für 800 Gold. Den kaufen wir uns jetzt. Also mir ist durchaus bewusst, dass da wahrscheinlich jetzt einige Käsekäufe drin sind. Aber ich will den Char hier löschen. Und jetzt kaufen wir uns halt einfach alles raus. Und schauen, dass wir das Gold quasi platt machen. Ein bisschen Transmog noch mitnehmen. Hier haben wir auch noch einen Stab. Den kaufen wir auch noch raus. Wir können uns dann auch, ähm, Transmog-Teile an sich kaufen. Jetzt versuchen wir aber trotzdem nicht das Allerteuerste uns zu holen. Was haben wir hier? Den haben wir schon gekauft. Hier haben wir auch noch einen Stab. Man könnte auch immer gucken, wo das Zeug her ist. Das ist ein hergestellter Einhänder. Na komm, der wird bestimmt teuer sein. Die meisten Sachen, auch an zwei Transmog, habe ich mir tatsächlich auch schon selbst hergestellt. Ein paar Sachen fehlen anscheinend noch. Da sind auch manchmal die Mats relativ selten im Auktionshaus und oder relativ teuer. So, dann schauen wir mal, was wir da noch so haben. Gehen wir mal von unten nach oben, dass sich das alles lädt. Ach, schau mal, hier waren auch noch ein paar. Da haben wir noch eine Waffe für 600 Gold. Dann, mal weiter, was haben wir hier noch? Das können wir uns noch kaufen, 1600 Gold. Das zieht sich halt jetzt immer so ein bisschen, das Zeug rauszukaufen. Äh, was haben wir da noch so alles? Hm, naja, hier wird es schon teurer. Hier, das können wir uns noch kaufen. Wo ist denn das her? MOP, Waffen, Stangenwaffen. Okay, das ist eine Weltbeute. Ja, gut. Für eine Weltbeute gebe ich das gerne aus, muss ich sagen. Weltbeute-Sachen, die kannst du nicht farmen, ja. Die haben meistens so eine beschissene Drop-Chance. Da bist du eigentlich darauf angewiesen, dass du die Sachen im Auktionshaus kaufst. Und, seht ihr, ich, äh, zu immer instant wieder das anlegen, was ich vorher anhatte. Bei dem Char wäre es vollkommen egal. Aber mir ist es schon oft genug passiert, auch bei meinem Main, dass ich dann, ähm, ja, mein Raid-Gear verkauft habe. Und, äh, das ist nicht ganz so geil, ja. Vor allem, ähm, als ich jetzt mit meinem Main auch noch viel geschuffelt habe, Expulsum geschuffelt, habe ich das Problem gehabt, dass ich es damit geschafft habe, diese Gegenstandswiederherstellung kaputt zu machen. Also, es gibt ja diese WoW-Gegenstandswiederherstellung, ne. Da kann man, also, wenn man theoretisch versehentlich ein Item verkauft und dann auslockt und es weg ist, und, oder, das irgendwie scrappt oder was anderes mit dem macht und zaubert, dann kann man sich das theoretisch wiederholen, die Gegenstandswiederherstellung. Klingt gut, ist es aber leider, halt, warte mal, den haben wir uns schon gekauft, ist es aber leider nicht, weil einfach die Problematik besteht, dass du die sprengeln kannst, die Gegenstandswiederherstellung. Wenn da nämlich zu viele Items drin sind, also wenn du mit einem Char zu aktiv bist, dann spackt die komplett ab und es könnte vielleicht sein, dass ich 2.000, 3.000 Items geschuffelt habe und, ähm, ja, irgendwo dazwischen mir Transmog gekauft hatte und dann habe ich vielleicht blöderweise, ist dann so ein Item unter die Räder gekommen, ich wollte es wiederherstellen, konntest du knicken. Es ging einfach nicht, weil die Gegenstandswiederherstellung sich bei so vielen Items ständig aufgehangen hat, dass ich nicht, dass ich die Items nicht mehr wiederherstellen konnte. Richtiger Rotz. Dann musste, dann hatte ich halt an einem Slot nur noch ein Gammel-Item an. Das Gute war, dass ich wegen dem Corruption-System sehr, sehr viele Sachen auf der Bank aufgehoben habe. Ah, schau mal, das ist auch ein World-Beute-Teil. Und dementsprechend dann einen Ersatz hatte, der jetzt nicht genauso gut war, aber zumindest nicht viel schlechter. Also das ging noch. Aber wenn ihr jetzt vielleicht nur ein Set habt und dann kein Item im Slot und dann habt ihr auf einmal ein grünes Classic-Item, was ihr für Transmog gekauft habt, dann wird es halt echt beschissen, ja. Okay, das ist ein Zonen-Drop auf Burg Schattenfang, den können wir uns, denke ich mal, auch kaufen. Das ist auch ein Item, wo das wert ist. Also ein Dings würde ich mir jetzt nicht kaufen, ein Craft-Item, weil gecraftete Sachen, da wollen Leute Gewinne mitmachen. Das kannst du dir tendenziell selber günstiger herstellen. Jetzt irgendwelche Items, die World-Drops sind oder Zonen-Drops in irgendwelchen Instanzen, da sind meistens die Preise gerechtfertigt, ne. Meistens zumindest. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Da haben wir noch ein Item. Achso, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo es her ist. Ah, schau, auch World-Beute. Heute, wie gesagt, die meisten Craft-Items habe ich mir tatsächlich schon mal irgendwann selber hergestellt. Nur nicht alle, ich muss da noch ein bisschen gucken, aber zumindest die meisten. So, das können wir uns auch noch holen. Was ist das her? Weltbeute-WOD. Gut, jetzt haben wir noch 4000 Gold. Muss ich dann halt noch mal schauen, ob wir noch ein bisschen was Günstigeres finden. Ah, schau mal, hier haben wir auch noch mal eins. Ah, das ist jetzt ein hergestelltes, aber 600 ist okay. Komm, wir gehen jetzt in eine, so eine richtig super-duper-Gilde rein. Und gucken wir mal, ob wir es komplett aufbrauchen können, das Gold, bis wirklich auf den letzten Goldbetrag. Ja, jetzt habe ich nur noch 3000 Gold, ne. Jetzt wird es dann eng. Hier, das kann ich mir noch kaufen. Wo ist das her? Welt-Drop, das kaufen wir uns auch noch. Und jetzt wird es dann eng. Bisschen über 1000 Gold haben wir noch. Eins, zwei, drei, vier. Es sind viele teure Items, die jetzt da vor allem noch drin sind, weil ich bin eigentlich regelmäßig auch am gucken. Auf meinem Heim-Server, also auf Antonidas, dass ich mir immer die günstigen Sachen so bis 500 Gold mittlerweile, am Anfang war es bis unter 100 Gold, dann mal auf 300 Gold, jetzt bin ich auf 500 Gold hochgegangen. Heißt, die ganze, also die Masse an günstigen Sachen, die habe ich auch schon, ne. Also vor allem auch bei dem Zweit-Schanz-Mock-Gedöns. So, also wir können uns eigentlich nur noch ein Item für unter 1000 Gold holen. Mal gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Ich glaube, das sieht schlecht aus, ne. Also das, das hier ist so meine Preis-Range. Was wir noch machen können, wir können bei Rüstungen reingehen, das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Wir können ja auch bei Rüstungen da noch das eine oder andere holen. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Fangen wir mal hier an, oder? Oh, schau mal, da war was. Das hier ist eine Weltbeute Handgelenke. Die können wir uns holen für 1000 Gold und dann haben wir noch irgendwas für 300 Gold. Schau mal, hier ist noch ein Gürtel für 20, den nehme ich da auch noch mit. Komm, wenn er schon mal drin ist. Wichtig ist hier immer, Leder reinzumachen, wenn man zwei Transmog holt, weil bei nur verwendbar kommen dann auch Stoffsachen und dann wird es halt blöd, ne. Wenn ich dann Stoffsachen, die kann ich zwar mit dem anlegen, aber ich generiere dadurch halt kein Transmog. Das ist ein bisschen blöd. So, also jetzt sind wir hier bei 300. Sonst kaufe ich mir am Ende noch ein Pad. Wir tun hier das letzte raus. Quetschen. Halt, da war was. Habt ihr das gesehen? Okay, was ist denn das hier? Komm, das kaufen wir uns. 200 Gold. Dann habe ich jetzt noch 150. Vielleicht finden wir noch was für 150. Hier so in dem Bereich. Oh, schau mal, da war noch was. 100. Okay, dann haben wir jetzt noch 50 Gold. Mal schauen, ob wir noch was für 50 finden. Oh, warte mal. Ach nee, das haben wir den. War das ein anderer Gürtel? Den kann ich mir jetzt, glaube ich, auch mal noch kaufen. Okay, dann haben wir noch was für 35 Gold. Ich glaube, jetzt wird es nichts mehr. Ich kann mir danach noch ein Pad kaufen. Nicht, dass das jetzt hier einen Ausschlag hätte. Aber ich will es jetzt mal komplett aufbrauchen. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr drin. Okay, die lernen wir noch. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein Pad davon. Und dann lassen wir es gut sein. Dann haben wir das Gold gut investiert. Gab es noch ein paar mehr Transmog-Sachen. Ein bisschen 2-Transmog. Tut mal eine insgesamte Anzahl an Items. Achso, nicht gesammelt. Müssen wir rausnehmen. Ich habe natürlich alles schon. Ich bin hier ein Sammler. Schauen wir mal, was hier was wert ist. Also die lebendige Kröte war zumindest... Hier, die kaufen wir uns für 40 Gold. Die sind nämlich 200 Gold auf vielen Servern wert. Vielleicht machen wir da noch einen kleinen Gewinn draus. Gut, dann haben wir alles Gold aufgebraucht bis auf 4 Gold runter. Damit kann ich tatsächlich leben. Und dann würde ich sagen, löschen wir den Char. Und dann sind wir durch. Haben wir wieder 3 seltene Transmogs. 1 geschenkt bekommen, 2 ausgegeben. 300 1 K-Wans. Und noch ein bisschen 2-Transmog-Gammelzeug hier aus dem Auktionshaus rausgekauft. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr war. Und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn ich das ein oder andere teure Item wieder finde. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.